So, auf zu einer neuen Runde. Diesmal zu dritt. Zu dritt mit der Brit. Oh, was war das? Genau, das Ding hat nur einen Schuss, ne? Ja. Kann ich jetzt schon arbeiten. So, ich hab jetzt natürlich... Ich muss jetzt aufpassen, ich kann zwar super schnell schießen mit der Pistole, aber die ist natürlich dann auch schnell leer, ne? Na ja. House in the house, ja? Ja? Genau, aus in the house, hier. So, jetzt können wir hier links gleich rum. Ah, hier ist es drin. Kommt man da jetzt rein? Das ist ja wieder schön. Bestimmt hier durch. Jawohl. Ach, ihr habt einen besseren Weg gefunden. Munition, ne? Ich hab mir gar nicht rein, ey. Hier gibt's Munition. Er ist schon gelöst, ne? Nee. Ich fahr mal um die Ecke rum. Und hier muss das irgendwo sein, ne? Ja, da ist es. Ah, hast du, ja. Sehr gut. Dominik, oder? Sehr schön, oh. Oh, ich bin da hinten mit einem fetten Hammer durch die Gegend. Da hinten. Warte, lass uns mal mit dir. Das ist gut. Oh, keine Position, ey. Ach, hier gibt's auch so einen Kasten, aber da kann wahrscheinlich keiner von uns was nehmen. Hier auch. Ne, stimmt, das ist immer wegen so vierer Slots nur, ne? Ja. Okay, wo wollen wir denn mal lang? Hier so links schräg rüber? Mhm. Okay. Oh, wer hat denn da geschossen? Ich glaub Dominik. Hast du geschossen, Dominik? Ja. Okay. Gleich Panik, ne? Naja, aber ich, das, alter, das, will mich auch da platt schießen hier. Ja, hier ist es drin. Oh, jetzt macht es wieder solche Geräusche. Ja. Also ich hab jetzt dieses Ding da von der Spinne, ne? Oh, es ist auch rot. Oh, scheiße. Ich löse es trotzdem mal, ne? Ja, Dominik ist entgegen einer Nähe. Oh, ich höre auch eine Dynamitstange. Ja. Oh, der hat mich voll erwischt. Ich hab ihn noch einmal erwischt. Ich bin tot. Ja, mich auch. Okay, Dominik. Du musst es reißen. Genau, rette uns. Du bist draußen, das blöde. Ich glaub, die steigt hier aufs Dach. War das nur die eine? Das war so eine Frau. Mhm. Hat die uns beide platt genommen? Ja, ja, richtig gut, ja. Ja, was? Die hat noch in Ruhe gezielt, ey. Oh, ja. Ah, willkommen im Club, Dominik. Oh, ja. Ach, nein. Ach, nein.